So, Berlin ruft! Yalla, ran hier! Hallo! Was willst du denn hier? Du hast doch gesagt, Berlin ruft. Aber nicht für dich! Ich habe aber was anderes für dich. Wirklich? Was denn? Die zweite Bundesliga ruft! Witzig, Alter! Ach, immer wieder schön. Der Nächste! Hallöchen! Och, nö! Wir hören mal, was heißen hier? Och, nö! Och, nix! Komm rein da! Der Nächste! Hallo? Junge, ganz Deutschland steht hinter dir! Hä? Warum das denn? Du spielst gegen RB Leipzig. Ah, jetzt verstehe ich. Du machst das, Junge! Komm rein da! Ja, jetzt verstehe ich.